Ey Leute! Da ist er wieder! Was ist hier passiert? Willst du dich lieber wieder wehren? Nein Digga! Ich kann das nicht mehr gucken, wer die Leute spenden! Gib mal die Vanillacola! Ey Digga! Ich kann das nicht! Und ein paar Dings vom Duplo! Ja klar Digga! Duplo sind so geil man! Geil! Ey was ist hier passiert Digga! Warte mal 50 Euro spenden oder was Digga! Warte ich spinne hier schon länger Digga! Was ging die ab? Die steht da glaube ich auch schon... Ah ne die steht da schon... Digga! Und Servus Moin Leute! Auf jeden Fall vielen Dank! Was ist die Spende Digga! Komm zu Emily ich will ein Kind von dir! Rufen! Und Servus Moin! Ich bin der Gux und Emily ich will ein Kind von dir! Ah! Nochmal Digga! Das macht man so! Weißt du? Ich will ein Kind von ihr Digga! Doch! Ich will ein Kind von ihr Digga! Was stehst du Digga? Ich will ein Kind von ihr! Ey wenn die so geil Digga ist! Und normal machen wir 10 Kinder! Kein Problem Digga! Die mal weniger guck! Der hat kein Stress hier! Alles gut Digga! Krank Digga! Krank Digga! Digga! Ich will ein Kind von euch allen! Digga! Dass du überhaupt noch hier sitzen kannst Digga! Ey Digga! Beruhig dich Gucken soll! Was stand da Digga? Was stand da Digga? Was stand da Digga? Ja beruhig dich! Beruhig dich! Ey Digga! Hör mir eine Klatsche! Hör mir eine Klatsche Digga! Alles gut Digga! Krank Digga! Das ist eine Spende Digga! Wer will wen klatschen? Das ist doch eine Klatsche Digga! Äh! Das ist doch Ding! Äh! Digga! Wir nehmen dich klar Digga! Guck! Gruß mal den owner! Soll der wieder ARK kommt! Scarlett oder so! Ich grüße ihm an den ORK! Und da kommt der Scarlett! Und da geht direkt in die Post ab Leute! Er kommt in die totale Eskalation! Dann wird hier alles rassiert und kaputt gemacht! Ich weiß gar nicht worüber wir reden! Aber es wird dann richtig krank Digga! Es wird dann richtig krank Digga! Es wird dann richtig krank Digga! Irgendwo wird es krank Digga! Ey! Ich weiß nicht was hier abgeht Digga! Mein Herz Digga! Keine Ahnung was hier abgeht Digga! Ey das ist doch eine Spende nicht eingekommen! Ein Euro Digga! Ja was ist mit meinem Herz Digga! Das ist nicht normal Digga! Was hier abgeht Digga! Das ist zu krank Digga! Ja ich komm hier lieber auch klar! Digga! Digga! Erstmal ein bisschen! Erstmal ein bisschen mehr süßes Digga! Ein Digga! Ich bin da reingekommen! Grüß mal Moritz Digga! Ich grüße den Moritz! Aus Mittelpunkt Vorkommen! Da kommt er wahrscheinlich gar nicht her! Aber ich spiele toll! Ich grüße ihn! Der ist noch gespielt! Er ist noch gespielt! Ich grüße euch alle Leute! Nein! Mein Herz Digga! Ich hab jetzt nicht gewonnen! So eine Spende! So eine Spende! So eine Spende! So eine Spende! Es geht dir ab Digga! Digga! Ich grüße! Digga! 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 Immer hin! Nein! 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 Ja gut! Damit hat sich Digga wohl erledigt! Ich danke auf jeden Fall für die ganzen Spenden! Mega nice von euch! Vielen, 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 vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!